ja liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu let's play sim city neue aufnahmesession und wie ihr seht habe ich mir den mediamarkt shop runtergeladen den gab es kostenlos im online store bei origin den werden wir natürlich dann auch gleich implantieren nebenbei habe ich mir noch ein bisschen geld rüber geschoben offline natürlich damit ihr nicht so sehr gelangweilt seid ihr koffer das passt gerade noch so da ist die kohle ran so nahm gucken hier muss man welche gebäude abreißen nö das passt alles sehr schön gut was wir auf jeden fall noch verändern werden sind hier die zonen die gefallen mir nämlich ja nicht weil die sind nämlich viel zu kläden so waren die mir als ja noch mal platt die kümmer eigentlich lassen immer rund um warum er jetzt auch immer rundum gemacht hat das wollte ich eigentlich nicht will erstmal alles platt machen bürgermeisterhaus können wir auch erstmal wegreißen so ja die zonen waren mir an sich viel zu kläden die machen wir jetzt ein bisschen größer und zwar machen wir hier erstmal so und dann bauen wir unseren mediamarkt mediamarkt wo finden den eigentlich bestimmt unter attraktionen oder so naja kultur ja gute frage wo ist der mediamarkt stadien muss man dann auch noch bauen wahrzeichen ist das ja auch nicht gerade wahr öffentliche mittel wo ist der mediamarkt ist der mediamarkt ist der mediamarkt ist der mediamarkt das war jetzt auch nicht richtig muss doch ne jetzt halt möglich aber nicht den hmm bin grad ein bisschen überfordert also hier ist er nicht hier ist er aber auch nicht mit natur hat das ja auch wenig zu tun jebiger zu warum sind den eingebaut bildung hat das auch wenig zu tun polizei krankenhaus feuerwehr und so ist auch alles nicht hier ist noch was hm ja keine ahnung wo sie den eingebaut haben sehr merkwürdig hab jetzt leider auch nicht aufgepasst ob es irgendwo stand limit erreicht ja der sim city denkmalpark den kennen wir ja kann doch eigentlich nur hier drin sein kasinos ist klar ja kohlebergwerk kohlebergwerk keine ahnung ich weiß es nicht zonen auch nicht ist ja komisch ist ja komisch mit müll hat es auch wenig zu tun ne bildung ist das auch nicht hm hm tja komisch skaterpark bla 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 ne ne ist nicht drinnen ja gut ok muss man muss später nochmal gucken wo der sich befindet ist so jetzt gucke ich mal ob das wird hat aufgestellte gebäude ist dann gebäude ist da zufällig toll wo tobt der naja der kann da kann er toben ist medial da ja so müssen wir da so schief ran bauen müssen wir wohl ne so das lassen wir so und dann brauchen wir hier noch irgendwo hat hat er damit den aufgestellten gebäuden hier mal jetzt wirklich schulabonium abreißen da da steht posten bus haltestellen ich werde jetzt nicht das gymnasium abreißen ja die bushaltestelle man kann sie doch auswählen da weg ach so ist besser weg so bau oder mit verarschen unglaublich unglaublich ja ich hab's verstanden so bitteschön mal ein bisschen speed hier vermindern sie dass ihre in ihrer stadt trümmer entstehen so und dann wird die schule na gut die schule werde ich sowieso umsiedeln habe ich beschlossen weil ich werde das alles hier in diesem areal ansiedeln sag mal wenn die glücksspielzentrale vielleicht nicht gerade hat er mit 7000 was hier los junge boah krass so gut wenn wir mal ein stadion bauen das war hier und hier so erstmal ein messgelände irgendwie in den kreis drin warum eigentlich nicht hm 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 m hm 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 werde das hier hin bauen und natürlich gleich ein event ja erstmal leute einstellen ist klar so die siedeln alle an sehr schön da oben ist noch nicht viel los so man fangen wir erst mal ganz einfach an mit dem motocross wir machen immer noch miese das stinkt mich ganz schön an ja überfall im vollen gang halt also mal runter gehen das ist unglaublich so ja und eine müllkippe wollte ich nämlich auch noch bauen lässt sich leider nicht vermeiden können wir die ecke gut ausnutzen ja lässt sich leider nicht vermeiden dafür werden dann erstmal noch mal in die regions ansicht und weiß er die will ist echt mülltechnisch nicht gut steht nicht gut da die müllkörper ist gut ausgelastet und einfach um die so ein bisschen zu entlasten werden wir hier die die autos mal wieder weg beordern ok hier haben wir einen eigenen stadt genug zu tun jod machen wir hier weiter so was macht dann unser brandenburger tor so gibt es irgendwelche trümmer nö veranstaltung ist geplant kommen auch schon welche herinnen wie spät haben wir denn 20 Uhr warum kommt da keiner oder ist das für den nächsten tag für morgen alles klar so was sagen eigentlich unsere touristenzahlen 54.000 ordentlich gut bildungsniveau passt auch ich würde sagen wir bauen einfach mal noch ein casino so sci-fi casino hatten wir nee sci-fi hatten wir sprich wir bauen jetzt ein nobles casino oder bauen wir schon elegantes der mittleren und der oberen der mittleren und der oberen ok wir bauen mal das ich kann mal das hier noch mit hinbauen wir sind jetzt günstig ja nicht wahr so was gibt es hier für ein problem wasser nee das ist die klären war das richtig ja jo passt feuer was gibt es denn hier schon wieder gibt es schon wieder einen auftrag wo es Geld gibt nee wir machen erstmal noch ja nichts so die machen erstmal ordentlich nasse n 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